Ich weiß nicht, wie gut Magie unter Laborbedingungen funktioniert. Ich hoffe, du beziehst Strange mit ein. Klingt spannend. Ah, ich hoffe, du beziehst Strange mit ein. Wer? Du. Ich? Wirklich? Du bekommst dein eigenes Büro, Staffe, die die größten arkanischen, kräftigen Artifaten, die ich anzeigen kann. 401k, Gym-Meldung, der Welt ist die Grenze. Nichts. Es gibt keine Grenze. Was sagst du? Ich habe zu viel Respekt vor dem Obscuren, um das anzunehmen. Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Das verdiene ich. Ja. Nach all dieser Zeit, all dieser Schmerz, all diese Struggeln. Ich versuche ein kaltes Leben. Ich wusste, dass du da bist. Aber ich will nicht, dass du in nichts, was du vergisst. Gehe deinen Zeitpunkt, denk es vorbei. Wir sprechen wieder, wenn Dinge ein bisschen weniger, äh, End-of-the-world-y. Stufe 5 haben wir schon mit ihm. Oh shit, ich dachte, wir wären in Stufe 3. Ja, geil. Dann habe ich der Ton ja auch schon fertig. Oh, ein Blades, was ist los? Wenn du mir sagst, ich soll irgendwelche Dinge auf... Ver-piss dich mit Charlie. Nein, kannst du nicht nachfragen. Peanut butter jelly, 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 peanut butter jelly. Heheh. Du musst mich auf holen? Äh, 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 alles Müll. Mach mal jetzt mal die Mission von Dixer-Musser. Bova hat immer gesagt, dass wir zuerst den Geist heilen müssen, um den Körper dann... Und der Körper dann folgt. Vielleicht sollte ich sie besuchen, wenn das alles vorbei ist. Warner Maximoff. Oh, neue Sachen. Verdoppelt den Schaden der nächsten Umgebungsfähigkeit eines Heldens. Und Fluch kanalisieren. Okay. Muss ich hier machen. Vier Missionen mit der Scarlet Witch und vier Fähigkeiten verbessern. Stelle an der Gegensatzwerksbank Kampfgegenstände von epischer Qualität her. Ja, okay, okay, okay. Nein, das wollte ich nicht. Hier wollte ich drauf. Äh, jetzt an der Wille. Höllenfeuer-Strahl! Äh, bitte witz? Das hört sich jetzt schon geil an. Blut überall, Splatter, Splatter Imagine Marvel wäre brutal, Alter Ist ja richtig brutal Wir sind überhaupt nicht brutal, aber Imagine wären brutal Doch, Punisher war brutal in der Serie und die war geil Zerstörte eine Kristalle und die Fehlkartigkeit erhört den Feuerstrahl zu erhalten Oh Jesus Christ Wo war nun? Und das Dann habe ich Achterheldenmood Achter den? Weiß ich nicht War nicht so sinnvoll, ne? Ich glaube ich hätte es nur einmal machen dürfen Ich bin so dämlich Und die machen Firmware, das ist ja niemals richtig neu starten Ich habe jetzt sieben Karten So, Vorwarnung Neuer Plan An fünf Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist Plus vier Äh, warte mal, sind die beide plus vier oder nur eine plus vier? Ich kann ja sogar eine Karte nachziehen, ne? Was soll ich das denn machen? Oh mein Gott Tier zwei Iron Man Karten Machen wir das mal Machen wir das mal Machen wir das mal gemacht habe Ich habe gar nicht gesehen, dass ich nachziehen kann Ja Fünf Zehn Fünfzehn Ja Fünfzehn Damage reicht nicht Wer geht nur neu starten Äh, das ist wieder so ein fucking Mathematik-Scheiß-Ausrechnung Sinnlos Keine Ahnung Was ich sagen will Aber welche Karte muss ich tauschen? Also die muss ich einsetzen, oder nicht? Zwei Dann neuer Plan, glaube ich, austauschen, würde ich sagen Und kriege ich überlasse das mir Zähle zwei Karten So Dann habe ich wie viele? Sieben Die nächste Iron Man Karte wird nicht aus Wird nicht gelöscht Jetzt habe ich sechs Scheiße Das war falsch Ich muss irgendwie die Karte so einsetzen Dass ich das zweimal einsetzen kann Okay Moment Erstmal hier blocken Da bin ich eigentlich relativ safe Dass ich das machen muss Neuer Plan weg So Dann sage ich mal hier verdoppeln Dann überlasse das mir Kriege neue Karten Ab sechs Präzision Präzision Eins, zwei, drei, vier, fünf So Wenn ich das selber nochmal machen kann Weiß nicht wie viel ich da bekomme Einen nur Hä Ist ja da niemals genug Ja und GG Ah man ich hasse das Probier es noch einmal Wenn es dann nicht klappt Dann mache ich das ausgehend Nicht kennlos hier Stunden lang rum zu Testen Alter Das geht mir auf den Sack Testen Plus 4 Dann würdest du mich doch jetzt bei Situationen auswählen können Jetzt kann ich das nicht anwenden Fuck me Ich glaube ich hatte es fast richtig Nochmal, pass auf Einmal noch und dann ist wirklich Schluss So, einer kommt davon weg So, Präzision Warte, hab ich das selber gerade wieder gemacht, bin ich ein Troll Ich hätte das erste, ah Ich bin ein Troll, nein, nicht so ab, da bin ich zurück Warte, 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 jetzt Ich habe einen Fehler gemacht, weil ich dumm bin Einmal schneller hier, so Eine weg Guck mal, das ist mir So, jetzt Neuer Plan 4 Präzision Kostet 2 So, 1, 2, 3, zack Müsste ja wieder 3, kostet die Fähigkeit oder nicht 60 Damage 3 Dinger weg Ich habe nur 3 übrig Ja, 1, 2, 3, zack 60 Leben hat das Ding noch Ich weiß nicht, was das mir jetzt bringen sollte, wenn ich das jetzt mache Kostet bei irgendwas rum Wird mir sinnvoll erscheinen Nö, ne 15, 15 Perfekt Okay, ich habe keine Ahnung Ich Mach's aus, okay Wir gucken mal Bis gleich So Da bin ich wieder Ich bin einfach dumm Ich hätte einfach Dingshaber machen müssen Verdoppeln Also die Karten verdoppeln, aber nicht die Den Schlag verdoppeln, sondern damit, womit ich Karten verdoppel Weil ich ja mehr Karten habe auf der Hand Bin einfach dumm Naja Jetzt habe ich es geschafft So, weg mit dem Ding Das war dumm Also wenn ihr die Challenge machen solltet Müsst ihr einfach Die Karte verdoppeln Zum verdoppeln Also so, dass sie nicht aufgebaut wird Also die Karte Zum verdoppeln so machen, dass sie nicht aufgebaut wird So meine ich das, sorry Warten wir mal dabei raus Guck mal Oh, die schippt, okay Sieht schon krass aus Damn Okay, Tony Entschuldigung Holy Smoking Jesus Damn Crash and burn Not when Iron Man is near Neuer Kampfanzug Neue Fähigkeiten Sieht sick aus Sie melden die Sonnen von Zernabus Kommen auf die Nier Geschmettert Während Iron Man Die mit so einem Höllenfeuer rumgibt Alter Holy shit Ich weiß gar nicht mehr, wer der Bösewicht ist In diesem Spiel Wir warten Superling Nachricht Von Deadpool Und von Stevie McWeavy McRodges So Was hat sie hier für ein Outfit bekommen eigentlich Da haben wir gar nicht geguckt Mit der Sans Okay Ist okay Habs mir Tobias ein bisschen schlimmer vorgestellt Aber Nehmen wir das hier Das finde ich ein bisschen mehr Mehr gut Ah los Ah fuck Wollte superling gehen So Was ist los Deadpool Ich hatte einen Freundschaftsring für dich Aber die Personalabteilung sagt Ich darf ihn dir nicht zeigen Ich gehe jetzt in die Kapelle taufen Wenn du mich aufhalten willst Also ich gehe jetzt in die Kapelle taufen Wenn du mich aufhalten willst Du bist schon auf dem Weg dahin I did not expect To meet you here For real Having confessional In a church It's like Somebody Couldn't think of Anywhere better You wish to Confess something You may have noticed That I mess around a lot I'm the handsome Super buff Comedic relief Of the Abbey Get this It's all an act I'm actually A magician What You're pushing me away with jokes again They learn so fast Next you'll be cracking jokes at a comedy show And I can nag you from the crowd Why do you do this It's a hell of a lot easier than being vulnerable and showing my entire ass No one gets to see that for free Do you ever get tired of keeping up this charade? Oh, you want to play charades? Here I thought we were having a serious conversation About how I'm completely faking it So why put on this act if it is all fake? It protects me And it pushes the people I care about far away We all know there's never a happy ending when I'm involved That does not sound like a way to live What would you do in my position then, huh? I would be honest with my loved ones and tell them I am scared Who said I was scared? Does this look like the face of someone who's gonna cry? I can tell You are worried that harm will come their way And so you cast them aside It is not fair Ouch, right in the nips You nailed me there, Hunter Ugh, I hate it when you're right You should know by now that I usually am But there is something else you should know None of us truly know what we are doing Pfft, coming from you, that's rich I do not always have it all figured out You sure put on a good show You ever worried about breaking down? Äh, das ist meine Zeit nicht wert Andauernd eigentlich All the time I try not to let it consume me The cool as a cucumber approach A classic strat Not sustainable though We all just need to hold it together until the end Then we can take a minute to ourselves I'm clenched up all the time, Hunter It makes my muscles look bigger Look, I'm glad we cleared the air But don't go telling people I'm actually a giant softie I'd still like to keep my badass card I think our colleagues would enjoy seeing this side of you Not as much as I enjoy being a menace Sorry, Hunter I'm gonna keep it on the DL for now Is that the Deadpool Lockdown? See? You get me When you don't want to talk about something You stick it in the hole You know, when I first heard about Lilith and her apocalypse I was skeptical that a resurrected half demon warrior from the 17th century was going to be our best shot at beating her forces of darkness back And now? Nico and company made the right call when they raised you from the dead Because I'm pretty sure you're the one who's going to save the day Uh, you like her with nice hands, right? It's team work And for you it's a big compliment That is quite a meaningful compliment coming from you But I'm just doing the best I can See? That's what I'm talking about You managed to do the right thing and get things done Which is a rare talent for the average person But from Lilith's kid I definitely did not expect this level of leadership from you Hmm, I just hold myself on you I'm just a soldier, you hold myself for a leader? You think I have what it takes to be a leader? No, Hunter I know you have what it takes You just need time to stew Grow into yourself When I enlisted, I was 90 pounds soaking wet A light breeze would have knocked me over Not what you call Captain Material But I didn't give up And I won't let you either We all need a Captain America in our life, right? Holy shit, dude Even I am pumped In a fucking real life Need to pick me up? No Oh, I forgot this Iron Man So Oh, come, why not here For the team God damn Oh, Jesus Christ It looks good Deck bearbeiten Äh Ein Schnellschuss raus Und dafür Hördenfeuerstrahl Iiiiiiii Oh Ich gucke ein eingehender Schadenzone Und stell eine Hunde Gesundheit wieder her Nehme ich auch mit rein Let's go So Wer ist denn der Nächste auf unserer Liste? Stevie Stufe 3, 14 Stufe 4, 30 Äh, 3, 30 meine ich Er ist fertig Er ist auch fertig Dann würde ich sagen Stevie und Deadpool Sind die Nächsten Also Deadpool auf jeden Fall Auf jeden Fall Heldenmanöver können jetzt dazu dienen und zu heilen Okay, das holen wir natürlich direkt So, tägliche Sparring Deadpool Zack Zack Damn Look at this photo Look at it, Photograph Hä, defekte nicht Dramatisch Praktisch Oh, das like ich Das sieht cool aus Zack Da haben wir ein Foto von Deadpool Vielleicht mal irgendwann irgendwo in der Abtei hängen Weil mir geht der Platz aus Bis zum nächsten Mal Oh, guck mal hier Hier ist noch ein Platz Fuck Äh Galerie Galerie Aber so viele Bilder mittlerweile Der Daumenhochgeber Das will ich auch in ein Gemälde umwandeln Zack Zack Gemälde Ah, für das coole Bild würde ich auch schon Platz finden lassen So, erstmal hier Unser Daumenmann Der Mann mit dem Daumen Ein bisschen kleiner So, wird verpassen Ja, ist das geil Ein Däumchen werden Träumchen, Leute Was ist denn das da für ein Scheiß Weg damit Das will doch keiner Ja Auch hier ist noch ein Dämon an der Wand Zack Hier höllen Hunde der Abtei Also, wer mit dem Boot da im Wasser Schmutz Da muss Ich wollte schon Iron Man sagen Deadpool hin Zack Ich frage mich das auch So Wir machen sofort weiter Ich muss nur einmal kurz Eine kleine Spoiler machen Bis gleich Bis gleich Erst Bis gleich a